So oder so ist das Leben So oder so ist es gut So wie das Meer ist es Leben Ewige Ebbe und Flut Wir feiern heute den 80. Geburtstag von Tina, die zu einem Zeitpunkt feministische Selbstreflexion einforderte, nämlich Mitte der 80er Jahre, als damit offenbar nur wenige gerechnet hatten, die Avantgarde war, die provozierte und dem Sturm der Entrüstung standhielt. Wir feiern heute den Geburtstag einer Sozialwissenschaftlerin, Feministin und Musikerin, die es sich nie einfach gemacht hat, die Verantwortung übernahm, die als eine der ersten alleinerziehenden Mütter in die Universität einzog, nämlich in die TU, die dort die Frauenforschung mitbegründete, die immer groß denkt. Auch hier können wir von Christina lernen. Sie ist die Frau des Experiments. Sie bringt Disziplinen durcheinander und auch Erwartungshaltung bringt sie durcheinander. Sie bringt Sozialwissenschaften mit Philosophie und der Musik zusammen. Sie überschreitet Grenzen. Wer Christinas Texte gelesen, wer sich von ihr hat an die Hand nehmen lassen, um zu verstehen, wie die Gewalt des 20. Jahrhunderts bis in unsere Gegenwart wirkt, wird sicher verstehen, dass wir gegenwärtig einmal mehr an einem Punkt stehen, an dem wir die Wahl haben und entscheiden müssen. Wir können mit Trump und Orban, mit Le Pen und Fawash, mit Kaczynski und Modi, mit Rasmussen und Petri zurückfallen und die Schrecken des 20. Jahrhunderts noch einmal wiederholen. Oder, wir sehen der Gefahr sozusagen nüchtern ins Auge, bündeln jetzt unsere Kräfte, um endlich in ein 21. Jahrhundert einzutreten, das Gleichheit und das Zusammen- und Miteinandersein der Verschiedenen in den Vordergrund rückt. In ein Jahrhundert, das sich in globaler Solidarität übt. Der Schritt, und das, denke ich, haben wir von Christina Thürmer-Ruhr lernen können, der Schritt in Richtung Emanzipation wird uns aber nur gelingen, wenn wir unser Beteiligtsein an Gewalt und Unterwerfung, an Ignoranz und Passivität, wenn wir unser Mittun an der Regression, an Rassismus und Sexismus nicht nur in den Blick nehmen, sondern aktiv Nein dazu sagen. Ich freue mich so sehr, dich zu gratulieren. Für meinen Textausschritt habe ich ein Oldie but Goodie ausgewählt von, kann ich das sehen, verlorenem Nahrungsfreiheit. Und es lautet, Andere wäre sie allenfalls unter allen anderen anderen, ohne festen Platz und vertrauten sozialen Ort. Das Anderssein verliere seine stigmatisierende Bedeutung, wenn alle sich als Fremde erkennten. Oder wenn das Andere zum Anderen in uns würde, zum Uneigenen, dass jedes Subjekt in sich und außerhalb von sich selbst akzeptieren musste, zu einer Form von Freiheit. Tina, weißt du, dass du die erste Person warst, die mir überhaupt einen Rahmen gegeben hat, über Freiheit zu denken? Was bedeutet Freiheit? Was ist Freiheit im Zusammenhang mit anderen? Und in diesem Moment hier in den Vereinigten Staaten denke ich, dass wir alle sehr ernst nehmen müssen, was Freiheit bedeutet und was es bedeutet, anders zu sein. Ich bedanke mich für deine Zukunft, deine Possibilität, alles. Genau, ich werde aus dem Essay Abscheu vor dem Paradies aus den Vagabundinnen lesen und auf den Text gestoßen, bin ich, als ich im Vorfeld meines Praktikums bei meiner Mutter im Regal die Vagabundin fand und mich sofort ins Lesen vertieft habe. Und insbesondere berührt hat mich der Beginn des Buches. Wir sollten leben in der Gegenwart. Unsere Situation zwingt uns zu erkennen, dass wir unsere Ansprüche an uns selbst und andere nicht aufschieben und vertagen können. Wir können es uns nicht leisten, das, was wir tun und sein könnten, auf eine Zukunft zu verlagern. Die Bewährungsprobe findet jetzt statt. Alles, was wir zu tun haben, haben wir jetzt zu tun. Ich plädiere also für diese ganze verrottete Gegenwart. Die Bewährungsprobe Die Bewährungsprobe erklären, wie das eigentlich zu schaffen war. Also 80 Jahre. Und wer oder was einem durch die vielen Risiken und Labyrinthe der Jahrzehnte gebracht hat. Fortuna verteilt ja bekanntlich ihre Geschenke, ihre Gaben mit verbundenen Augen. Das heißt also zufällig. Man muss sich nichts einbilden. Es ist geheimnisvoll. Wir wissen es nicht. Und mit diesem Nichtwissen, dieser Schwierigkeit, die Welt zu verstehen, betrete ich nun den Raum der 80-Jährigen, einen Raum mit knapper Zukunft, einen Raum, von dem manche altgewordene Menschen zum Beispiel gesagt haben, er sei jetzt voll, voll besetzt, voll besetzt. Da passt ja nichts mehr rein, nichts Neues, nichts Fremdes. Und ich kann nur sagen, ich hoffe, dass das nicht stimmt. Es gibt noch zu dem Stichwort Neues, nämlich das Neue in Gestalt einer feindlichen, einer rassistischen, antifeministischen und antidemokratischen Revolte, die durch westliche Länder zieht. Jedenfalls hängt es von den jetzt Lebenden ab, ob und wie dieses Land, wie Europa und wie die Demokratie das übersteht. Wir sollten uns wieder aufregen und dabei führt kein Weg an der Mühsal vorbei, schon Gesagtes und schon oft Gefühltes zu wiederholen, es aber zu verschärfen durch die konkreten gegenwärtigen Fakten. Und hier könntest du einfach mal vielleicht dich um die Tischdecke kümmern. Wir freuen uns sehr nach dir. Die Schrift, die Freude zur Welt nicht verlernen. Nächste für Christina Firma Rohr zum 80. Geburtstag der Sozialwissenschaftler Berufsange�ert Freude Jahrhundert so glücklich schwimmen. Morgen schon soll genug bleiben, aber neun springt jeder Tag, doch was er noch du schenst, bleibt dich immer bereit. Du musst entscheiden, wie du leben willst. Nur darauf kommt es an. Und musst du leiden, dann beklag dich nicht, du änderst nichts dran. So oder so ist das Leben, ich sage, heute ist heut. Was ich auch je begann, ich hab es gern getan. Ich hab es nie bereut.